Gonzalo Higuain vom FC Chelsea hat erklärt, dass er 2016 ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hat, seine Karriere zu beenden. Nach der Final-Niederlage Argentiniens in der Copa America gegen Chile hatte er erfahren, dass seine Mutter Nancy schwer erkrankt war. Er lebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Ich habe sofort entschieden, dass ich mit dem Fußball aufhören muss, damit ich mich um meine Mutter kümmern kann, erzählte er dem Mirra. Schon während der Copa hatte ich die Vermutung, dass zu Hause etwas nicht stimmt. Aber es war immer noch ein großer Schock, als sie mir die Wahrheit gesagt haben, bekannte er. Higuains Mutter ist inzwischen wieder völlig gesund. Higuain hört auf seine Mutter und macht weiter. Ich habe ihr gesagt, dass ich sofort aufhöre, wenn es nach mir geht. Aber sie hat geantwortet, dass ich sie glücklich mache, wenn ich Fußball spiele und dass sie es mir nicht erlaubt, dass ich etwas aufgebe, was ich liebe, berichtete Higuain, der auf seine Mutter hörte und seine Karriere fortsetzte. Im Sommer 2016 wechselte der Argentinier schließlich von Napoli zu Juventus, das ihn im vergangenen Sommer zunächst an Milan und nun an den FC Chelsea auslieb. Untertitelung des ZDF, 2020